So, wieder dabei seid ihr bei Rocket League mit Antalya und Crank. Man könnte ja jetzt schon fast sagen, das übliche Team. Ja, ne? Ich glaube, das mache ich auch. Oh! Ja, Fallrückzieher, gekonnt. Der senfgelbe, komische Pirat hier. Ja, genau. Ja, ist halt so. Was haben wir denn hier als Gegner? Ja, sehen wir, Pro, Pro. Das war genau. Oh, sorry. Wow, da habe ich dich nicht kommen sehen. Ich komme Mitte. Oder auch nicht. Das geht so, ne? Oh. Ich weiß auch nie, wie ich den jetzt annehmen soll. Hier sind ja Tom the Bomb zweimal. Es gibt die zwei, die Tom the Bomb heißen? Spielt da jemand mit seinem zweiten Account, oder was? Ja. Also, was heißt zwei? Nee, nee, die sind wahrscheinlich, äh, mit zwei Controllern, oder so. Ah, nice. Blitzkriegel, sagst du das? Ja. Oh, verdammt. Ah, die spielen nicht schlecht. Die machen das ganz gut. So wie die Gegner davor. Also, jetzt, wow. Scheiben wir wohl. Ich habe gerade die Schallmauer durchbrochen. Das ist ein bisschen leckeres Spiel hier gerade, ne? Ja, wir haben auch... Boah, unser Ping. Guckt mal unseren Ping an. Ja, ja, ich sehe das. Ach, verdammt. Ich habe gerade total daneben gewuselt. Boah, nein. Wir haben einen Ping-Vorteil. Ganz, ganz klar und egal. Egal. Bei manchen Servern ist das andere Team, was ziemlich ein Nachteil ist. Yes! Schön! Ich habe den extra mal versucht hochzuspielen. Das hat auch für uns eine. Guckt dir das mal an. Extra dagegen gesprungen quasi. Wahnsinn. Guckt dir das an. Geil! Und hier, Turnier. Dieses Jahr. Das war natürlich das Zuckertor wieder hier. Ich sage dir das. Aus Zucker, mein Freund. Ich sage dir das. Na, wird das was? Huh. Oh, ich hatte gerade einen Leck aus der Hölle. Ich versuche es zu machen. Nein! Schade. Da war das Abfallbeulwerk zu groß. Der wäre sonst drin gewesen. Ah, schade. Oh! Noch mal Platz gemacht hier. Schade. Wäre cool gewesen. Ah! Nichts kann Antalli stoppen hier, Freunde. So schön. Nein! Folgt. Oh. Oh, schön. Jetzt aber. Nein! Oh. Was war das denn? War ein verlängerter Pass? Ja. Das war... Oh, nein. Schön. Crank ist da. Ja. Heute ist er da. Heute ist er wach. Noch ein Tag, an dem ich, äh, das wollte ich nicht wissen. Heute hat er Gummibärchen mit Koffein gegessen. Red Bull gab es heute zur Arbeit. Er hat kein Spaß. Das ist der Mittagessen, Red Bull. Ja. Ja. Na, schade, ging nicht mehr. Boah, wie hoch. Der Flug ist viel flacher. Ja, es ist richtig übel. Erst mal Rückwärtsgang hier aus der Hölle. Oh, noch schön angefasst hier. Der wollte berührt werden. Oh, schön. Da sieht man doch mal einen versuchten Rückfallzieher. Guck dir das an. Äh, Fallrückzieher. Rückfallzieher ist auch gut. Siehst du gleich, ziehst du rein. Ich hab sogar noch die nötige Ablenkung gestiftet, weil der Torwart dachte ich nicht zum Beispiel. Gesehen. Der wäre reingegangen, ne? Ja, ja, der wäre reingegangen. Jetzt reingegangen. Aber so schön, alle drei hier richtig geil nach dem Ball, ey. Ich wollte nur Passweg zustellen. Oh, der kommt über mich. Ach. Ludix ist am Start, Freund. Ja. Oh. Leit. Ich bin mir so lange am Start, du. Egal, 2-1 schaffen wir. Ich war schnellstgibben, das ist doch mein Fehler. Weil ich dich nicht bekommen habe. Schnellstgibben, komm. Ist das alles schnellstgibben. Guck mal, es ist das mal an. Aha. Alles auf Video, mein Freund. Ich wollte es auch schnellstgibben, mein Gott. Kannst nach vorne gehen, kannst nach vorne gehen. Ich bin hinten. Immer noch so ein Ping. Komisch, ne? Uff. Warum steht da keiner bitte? Das ist aber wegen dem Server so. Ja, ich glaube auch. Beim nächsten Spiel wird das dann nicht mehr so sein. Boah, Alter. Der Ball zittert richtig, wenn es diesen Leck gibt durch den Ball. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Sehr gut. Wie hat er den denn gemacht? Jetzt lag oben. Da komme ich. So. Ich gebe mal beide nach vorne. Ich bleibe mal ein bisschen hinten. Okay. So, ich spiele nur nach vorne und gehe wieder nach hinten. Jawohl. Boah, lag. Auch die Versögerung von den Boots, die man bekommt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Schönes Ding. Ich bin auch nur nach oben gedrückt. Schade. Oh. Oh. Er ist mir reingefahren. Wenn Odex kaputt gemacht wird. Oh, Mann. Nein, der ist mir reingefahren. Guckst du dich später an. Das ist kein Witz. Nee, das ist kein Witz. Ja. Oh. LOL. Schön. Ich habe ja auch immer schon reingefahren. Keine Ahnung. Huch, das hat gerade in dem gesprochen. Das war schon das Tor des Jahres, ne? Ja, so ein bisschen eigentlich, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. 4-1, ey. Was von mir, muss ich sagen, ich habe hier die Plays gemacht. Ja, richtig Plays aus der Hülle. Uh. Boah. Der Countdown, ey. Immer so dramatisch. Oh, schade. Aber noch abgefälscht. Der wäre sonst reingegangen, so wie es aussah von der Flugbahn her. Schönes Ding. Ich bin fast... Ach so, ich glaube, man braucht so und so viele Ranglistenpunkte, bis man aufsteigt. Oh, ein Smiley. Ja, nice. Weil damit bin ich fast fertig. Ich lasse diese Runde jetzt aber wirklich...